ja leute seibers mit allen miteinander ganz ein kurzes video von da oben schaut euch das mal ist das nicht ein wahnsinn ist das nicht da haben wir ja und natürlich mit küche wie üblich mit den drang ihr seht heute ja das drang ihr seht das drang ihr seht und damit mein klein busch box da und den drang einstehen ja da geht es gerade die zweite speise ja und da ohne jetzt natürlich auch schon für meine frau was zubereitet der portion hat sich dieser halloumi kass paprika angebrattelt ein frisches brot dazu und natürlich hygiene hygiene wird hier groß geschrieben das ist das millerl für meine frau und die ist doch herum schaut euch das einmal um unter dem gipfelkreuz ja schaut euch das einmal um ein wahnsinn einfach deswegen ich wünsche euch was einen schönen tag wir haben es hier und meine frau hier herum pferdenk servus